du kommst zu habe ich hier ausgelootet? nein hat nach mir geschrien und ich habe es gehört so jetzt ist dieser raum hier ausgelootet du musst hier mit mir zurück haben sie eigentlich um ich glaube das ist mir gar nicht so wichtig ich glaube du fragst mich vor irgendwas hin das bringt mich gleich an warum bist du hier? du kannst nicht einmal deine Arbeit machen ja das würde ich gerne ich wusste was ich mache ich habe jetzt Tracks aktiviert du solltest eigentlich natürlich ich muss so aktivieren du solltest ihn nicht richtig bin ich da bin nicht gut ich sage es Du musst das wissen. Du bremst. Keine Ahnung, ob du das gewusst hast. So, was haben sie für mich? Hey, 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 hey. Wo ist mein Loot? Ja, was ist die Musik? Die sagt, endlich hast du mal. Herzlichen Glückwunsch. Was? Was ist das? Was ist das? Was zur Hölle Ich wollte gerade sagen, kommt es, kommt es, kommt es. Okay So There it is The safety are still on, I need to restore gravity before we can load it Hurry, please Reposition is the marker, restore gravity Exiting zero gravity He is on board, come quickly Go open the hatch for him Thank you I can do the aliens A bit A bit Cool Is she here? Hurry Go back to work so I'm alive Wait Wait Can you still have a dramatic turn? Wait Wait Is someone good? Let's go I don't I don't Sorry Isaac I couldn't trust him with the marker Kendra, what are you doing? What my department sent me here to do Even if the valor couldn't help me out like I wanted Department? Who are you? I work for EarthGov I work for EarthGov Cleaning up a very very old mess I told you and Hammond that Aegis 7 was off limits The planet was one big government experiment The marker, this divine artifact It was built by human hands That's impossible It's an alien world The miners dug up the fucking thing After it was planted here a few hundred years ago Even kinds didn't pick up on that They found the first marker in some crater on Earth That one That was real Alien Enough to inspire unitology Our people studied it and reverse engineered this red marker But they needed somewhere to test it Aegis 7 You've seen the result The stuff of nightmares I thought the old reports were just hysteria Until I saw What I saw They sealed off the whole system Buried the records nice and clean Until CEC got greedy Those idiots tore Aegis 7 apart And woke up with the old research team left behind So EarthGolf sends you to sweep it all under the rug Dammit We have to return the marker If anyone else stumbles across Aegis 7 It was disappeared once We can do it again I've seen how the marker fucks with your head It must be contained For what it's worth We made a great team You'll find another way after Ishimura I mean You're one hell of an engineer Your experiment's gonna kill us all Daniels! Do you know Do you know What would be really funny If it was a clock That would be a clock That's the whole time Nothing Klinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglingling investigate not just hello no meet the not existing nicole in the flight date ok meet some enemies in the flight control deck those are totally worth it I have to move on I have to move on oh why why the music this is ok hand and a hand and a what's up you made it yes i tried to find you hathia shimura is coming apart and the other half swarming with those things how'd you get here you cleared the way i can always count on you not this time daniel screwed me over you couldn't have known she would take the marker she left us to die there's still hope you can recall the shuttle and remote pilot from here bring back the marker and we can return it to aegis 7 you can make us whole again i just don't know what to believe anymore i just don't know what to believe anymore it's okay isaac you'll know what to do and now on the ship recalling shuttle usg zero nine prepping remote docking procedures dammit isaac you don't know what you're doing i know someone's gonna answer for this you fucking kidding me shit warning escape pod launch detected from shuttle usg zero nine escape pod damn we lost her it doesn't matter she can't escape her fate but who can getst the ship isaac 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 i know isaac isaac finished if we get on that shuttle there's no one back leave no regrets go i'll reprogram the shuttle with our flight path the aegis 7 and join you on board okay can you watch my back cross my heart can i get some money do 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 can i sit Der hat noch sowas hingefehlt, aber wirklich. Ich habe schon die Gegner vermisst. Ich habe mich so sehr gefreut, als ich den gesehen habe, dass ich ihn... Ah, fuck my life! Habe ich das Kloß jetzt genutzt? Oh nein, da hat jemand... Ach, das ist... Okay. Ja, war ich zu Ishimura, war ich nicht able zu retten. Ja, ja. Ja. Wir sind wieder zusammen. Ja. Das ist Feld. Ich meine, man könnte ja sagen, es wäre schön gewesen, wenn sie wirklich überlebt hätte, aber... Das würde jedes andere Spiel machen. Es ist schon... Es ist schon krass. Dass das Spiel das durchgezogen hat. Wenn du nicht bereit bist, ein Miracle muss sein, wie ein Nachtmärchen. Das ist ja nicht gut. Das ist ja nicht gut. Was ist das? Hunger. Es wird versuchen, uns zu essen. Aber wir haben den Marker. Wir bringen Dinge zurück, wie sie waren. Wir werden wieder zusammen sein. Ja. Also, jetzt will ich aber auch ein bisschen... Money haben. Ist das jetzt... Chapter 12? Ja. Completed. And now... Is the dead... Spassel. Can you please fight? You are not authorized. You are not authorized. Also... You are not authorized. Also... Um... Das ist alles zu. Was ist denn los? Äh... 1200. Sonst noch was? Ich muss hier noch... Money ausschauen. Nelly. Das ist interessant... Gold. Oh wow. Ich weiss nicht ob es im Remake auch so ist, ob es in Schwierigkeitsgrad zusammenhängt. Es gibt ja dieses System, das das Spiel analysiert, ok was brauchst du denn und dann gibt So, du hast irgendetwas für eine Waffe die du auch benutzt, du hast wenig Munition. Und du und ich können zusammen sein. Und... Komm schon, wir müssen hurry! Deswegen, also wie gesagt, spiel analysiert was du brauchst. Und dementsprechend gibt dir das, aber... Denkt das Spiel wirklich... Wow, guck mal, Muni wir... Jetzt genau das was du brauchst. Ich habe keine Ahnung was... Oh, die Shuttle... Achso... Tür ist offen... Komm rein... Juhu... Lesen... Oh mein Gott... Ech... Mess... Suicide... Rede... Tsch escak... O Gott... Ja jaaaa... Hallooo... nice suicide! Ja... 해... okay yes yes okay wie wärs mit moni seon ich könnte jetzt natürlich alles für die hier ausgeben weil ist schon weitläufig oder? aber 53 was? aber 44 was? 32 so 38 58 27 ich hab ich bin einfach dran vorbeigebrettert das ist der hammer ich bin eigentlich good to go hmmm wieviel? 16 äh 15 hier wieviel? 44 tja ist voll inventory ich full warum sagst du mir das? tja 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 Kannst du bitte öffnen? Kannst du öffnen? Ich habe dir überhaupt nicht zugehört, Leid, ich war viel zu sehr beschäftigt. Okay. Vier Stück, die letzten vier, die wir hier rein knattern können. Ripper. Aber Duration, Duration wäre super. 90 Punkte. Ich hoffe, die haben sich jetzt aber auch echt gelohnt. Ich bin gut dabei. Ich brauche doch sowas nicht. Ja, ich denke, dass es jetzt oft nicht fällt. Das war zu wenig. Möchte noch irgendjemand? Ich habe tatsächlich meine Platzprobleme. Ist mir noch nie passiert. Achso, jetzt stimmt. Batterie muss ins Loch. Nein, nicht du. Nicht du. Nicht du. Better. Nicht du. Nicht du. Untertitelung des ZDF, 2020